zum aussteiger kanal ich wollte euch mal aufnehmen wie nicht alle aber viele portugiesen hier mit tieren umgehen der hund ist tot den schmeißt man einfach lieber den müll interessiert ja nicht mehr wird einfach hingeklatscht so gehen viele portugiesen mit leben um ja da ist man sogar zu faulen loch zu graben den schmeißt man einfach neben die mülltonne ist ja wurscht kommt halt der nächste an die kette hauptsache einer kläfft naja so ist es hier wunderbar hier fahre ich auch gerade durch die gegend mit meinen hunden und sehe hier einen absolut ausgemerkelten hund der hatte seit wochen nichts mehr im magen der stirbt gerade da der ist auch älter der stirbt ich versuche mir zu helfen aber ich weiß nicht ob er sich helfen lässt wenn ich merke dass er vor angst beißt ich weiß es nicht ne also sowas findet man hier auch doch waren viele leute vorbei keiner macht was also die ist am ende ist ein weibchen die ist total am ende ne und jetzt schaue ich mal ob ich irgendwie helfen kann also wenn er hierher zieht halt immer die augen offen dass er jemandem helfen könnte hier solchen hunden hilft hier kein mensch ja hier haben wir wieder so eine situation hunde ohne besitzer der eine hinkt schon der ist angefahren da hinten an der straße ist ein ganz dürrer der ist nur noch haut und knochen sie ist auch eine schwangere hündin dabei einen ganz dicken bauch wahrscheinlich wird heute oder morgen sogar werfen so dick wie die ist was soll man jetzt zu tun das ist normal hier der ganz denne ist da hinten also der war wirklich ein skelett na es kann auch sein dass sie den polisen dahin gehören die händen glaube ich nicht mein gott die wird auch im campo irgendwo in der wiese werfen das ist weiß nicht was man tun soll die sind scheu wenn ich weiterhin ist die weg also sowas sehe ich jeden tag irgendwo in irgendeiner mülltonne 2024 portugal schaut mal leute hier haben auch so ein fall jetzt sieht man sie nicht mehr jetzt gerade wieder eine eine bitch hier gibt es viele hunde die jäger einfach zurücklassen im campo weil die kommen halt mit 20 jetzt sieht man sie nicht mehr sie gehen ihren weg na ja schade so ein fall habe ich immer essen im auto aber sie haben mal angst sie haben keine sie haben keinerlei connection mit menschen die kommen im campo auf die welt und sind wild und ernähren sich von wilden kannickeln oder diesen rothühnern oder sonst was also so finden und es gibt es ganz oft und ja das war jetzt wieder mal so ein kleiner pack leider war ich zu langsam ein bisschen mit dem handy aber ich glaube ein hund konnte genau so was ist ja zwar gab es früher viel viel öfter aber es ist ja leider immer noch ganz verbreitet auch das ist portugal kutschen im straßenverkehr total schön für die pferdchen könnten manchmal ein bisschen dicker sein er ist witzig er sagt mir ich bin verrückt ich hole jetzt die polizei weil du darfst meine pferde nicht filmen dabei ist er der illegale weil er ist mit der kutsche in der stadt das haben die seit fünf jahren untersagt die dürfen nicht mehr durch die stadt fahren leider was ich sehr sehr schade finde weil die müssen ja irgendwie sich bewegen aber habt ihr gesehen wie das folien fest bindet muss ja mit so lernt es den straßenverkehr ein mein gott jetzt ist ausgerutscht etwas das ist schon ein bisschen grenzwertig ein bisschen gefährlicher das kann auch sein wenn man mal zu Hause gehen kann man was eingeparktes sieht das ist ja eigentlich ganz witzig jetzt habe ich gerade von einem tor komisches gemische geräusche gehört meine hunde verhalten sich sehr merkwürdig das wollte ich mal dokumentieren nichts doch was weiß es denn da ja wer ist denn da ja wer seid ihr denn was bist denn du für ein schöner kerl oh gott sind die dünn hallo ja heilöchen wie geht es euch denn ach ist das ein schöner hund guck mal beide schöne hunde beide rüden mit eiern wow louis ab was mache ich denn mit euch rich baguette doch die haben hunger einfach und durch wow der schäferhund hat eine ganz blaue zunge ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020